Du benutzt Premiere, hast eine Tonspur und die linke und die rechte Spur, der einen Tonspur, ist unterschiedlich? Vielleicht, weil zwei unterschiedliche Mikrofone auf die einen aufgenommen haben? In Premiere kannst du es ganz leicht splitten, dass du sie unabhängig bearbeiten kannst. Moin moin, ich bin Sebastian und ich habe eine Situation oft. Ich benutze mein kabelloses Mikrofon, habe hier zwei Stück und eins nimmt auf die linke Spur und eins auf die rechte Spur auf. In der Aufnahme ist dann aber alles auf einer Tonspur, nur nach links und rechts aufgeteilt. Wenn ich dann aber das Video schneiden will, will ich die linke und die rechte Tonspur unabhängig bearbeiten. Die eine vielleicht lauter machen, die andere leiser oder vielleicht noch etwas nachhaltig reduzieren. Wie trenne ich das jetzt? In Premiere kann man die ganz leicht trennen, dass man sagt, ich habe sie in zwei unterschiedlichen Spuren, bearbeite sie und danach kann ich sie in einem immer noch rausrendern. Schauen wir uns mal an, wie es funktioniert. Ich bin hier in Premiere und wie du siehst, ist bei meiner Tonspur die linke Seite anders als die rechte Seite. Hier links habe ich hier mehr, hier weniger und rechts hier mehr und hier dafür weniger. Und so zieht es sich durch. Was ich nun machen kann ist, ich gehe auf das Projekt, auf den Videoclip, rechte Maustaste, anpassen, Audiokanäle. Und hier habe ich nun, es ist Stereo, es hat einen Audioclip und links und rechts ist so verteilt. Nun kann ich sagen, ich will aber zwei Audioclips haben. Hier hat sich jetzt erweitert. Und nun kann ich sagen, für die erste Tonspur soll links die linke Seite sein und rechts auch die linke Seite. Für die zweite Tonspur soll für links die rechte Seite und für rechts auch die rechte Seite sein, sodass beides wirklich gesplittet ist. Wenn ich jetzt OK klicke, bekomme ich noch die Meldung, dass es nicht auf bereits verwendete Clips angewendet werden kann. Die muss ich dann neu runterziehen. Deswegen bietet es sich an, das ganz am Anfang zu machen. Ich klicke auf Ja. Nun sieht man, dass es hier gleich ist. Wenn ich jetzt aber entferne und sage, ich ziehe es nochmal hier runter, habe ich wirklich, ich muss es mal hochziehen, das hier größer machen, habe ich beide Seiten komplett getrennt. Also wirklich hier sehe ich nun, links ist anders als rechts. Und nun kann ich sagen, hier rechte Maustaste, Verknüpfung aufheben und kann zum Beispiel hier sagen, hier will ich diesen Teil nicht haben, hier will ich nur diesen Teil haben, um so wirklich zu trennen, wo ist der linke Sprecher, wo ist der rechte Sprecher, beziehungsweise der linke oder rechte Kanal. Und natürlich kann ich sie hier selektieren, rechte Maustaste und wieder verknüpfen, dass es als ein Teil gehandhabt wird und geschnitten werden kann. Und so leicht geht das. Mir hat das schon extrem oft geholfen. So hatte ich es zum Beispiel bei einer Action Cam, dass das Mikrofon vorne extrem viel Windgeräusche aufgenommen hat, während das hintere, das dann auf dem zweiten Kanal oder auf der rechten Seite war, weniger Wind hatte, dafür die Sprecherstimme besser. Und so habe ich dann schauen können, welche Seite nehme ich die oder die und wie füge ich die dann zusammen. Also das bringt wirklich extrem viel und kann das Leben noch einfacher machen, weil man viel mehr steuern kann, was verwende ich wie, was will ich jetzt nicht hören, was will ich hören. Und praktisch gibt es sogar die Möglichkeit, wenn du das geändert hast, dann trotzdem ohne neu reinziehen zu müssen, den Ton wieder reinzuziehen. Ist ein kleiner Trick am Anfang, aber dann ist es ganz leicht. Habe ich in meinem anderen Video behandelt. Schau es dir unbedingt gleich mal an. Und hat dir dieses Video geholfen, dann würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Und abonniere meinen Kanal, damit du nichts verpasst. Und abonniere meinen Kanal, damit du das geholfen, dann würde ich mich freuen, wenn du das geholfen hast.